Leute, ich hab'n Geist bei mir in meinem Rechner. Ihr hört, das ist mein Meat Boy Wallpaper, Meat Boy! Ihr hört, hier kommt die Mucke raus aus meinen Boxen, aber ich hab'n nix mehr offen, nix. Ich kenne das Lied nicht, ich hab's nicht auf dem Rechner. Hier im Explorer ist nichts und ich schau' grad hier in einem, äh, Dings, na hier ist nix. Welche Sau? Was ist das? Ist es das hier? Nein, glaub' ich nicht. Aha! Wo kommt das her? Wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Boah, ey, das gibt es nicht. Und vor allen Dingen, ich weiß, ich kenn' das Lied überhaupt nicht. Will ich mal ein bisschen lauter? Es ist lächerlich. Wurde angeschrieben. Schön. Wo kommt das her? Man sieht hier eindeutig in nem, in nem Regler, der Song kommt vor allem im Rechner. Ich weiß aber nicht, woher! Who do you gonna call? Reparaturdienst! Jetzt findest du wieder lustig, ne, du Schlampe? Guck' mal, was das Lied letztendlich hättest. Ja, wir werden jetzt warten, bis das Lied zu Ende ist. Derweil, mach' ich mal ein bisschen leiser. So, und, äh, zeig' euch dieses schicke Ding hier, weil es macht Geräusche. Geil, ne? So, ähm, ja, was zeig' ich euch so lange? Ja, hier ist mein Meat Boy Wallpaper. Hier haben wir Meat Boy, die kleine Missgeburt. Du Homo, du Homo. Und was ganz toll ist, was diese Sacknase mir in Minecraft gebastelt hat. Moment. Ich muss es eh mal kurz raussuchen. Ähm, ja komm, hier, dann seht ihr zumindest ein bisschen bewegt. Ganz, ganz cheesige, äh, Innenaufnahmen. Das klingt fast so, als ob das Ding fast zu Ende wär. So, und zwar hat er mir... ...das Ding hier geschickt. Hahaha. Satpgefahren, oder? Hahaha. Wie lange hast du da ran gesessen? Ich weiß, vielleicht ne halbe Stunde. Ne halbe Stunde? Du magst Minecraft basteln, ne? Nee. Gandas? Gandas? Mag da jemand Minecraft? Ja, du meinst an! Ja, auf jeden Fall, wenn ich super cheesig. Ich weiß nicht, der hat auch noch andere Sachen gemacht. Jetzt hier, äh, versucht er Mario und Luigi beim NES zocken. Moment, das Lied ist zu Ende. Was passiert jetzt? Trabaf. Was, was, mehr passiert nicht? Hahaha. Wird es zu Ende? Ja. Wo kam das denn her? Ich hab den Stream nicht mehr offen. Du hast nichts offen, was du nicht machen könnt. Nichts, nada. Das war echt gruselig, Mann. Das war echt gruselig. Das war echt gruselig, was ich hier hatte. Also, Pixel-Pokemon. In Minecraft-Style. Da seht ihr, jetzt noch mal ein bisschen da ran zoomen. Auf jeden Fall, super, super, super cheesige Arbeit. So, okay. Das war ein Nonsens-Video, was ich euch eigentlich mal zeigen wollte. Und das Lustige ist, dass ihr mich diesmal nicht seht. Wuuu. Gut, ähm. Ja. Toast. Es passiert schon wieder. Ohne Witz, unmittelbar nachdem, nachdem der Scheiß aufgehört hat. Ich wollte mir gerade mein Video angucken. Also, hier seht ihr es, das, was ich gerade aufgenommen habe. Und, äh, ich wollte mir gerade angucken. Und dann urplötzlich, BÄM. Und ich dachte mir, Scheiße, Mann. So. Aber das ist jetzt, äh, unspannend und unspektakulär. Ich werde einfach meinen Rechner gleich nochmal neu starten. Wartest du? Und, äh, ja. BÄM!